Und wie oft bist du noch mal in der Season gestorben? Zweimal? Dreimal? Ich glaube zweimal. Ne, dreimal. Ich bin noch keinmal gestorben. Weil ich halt ne Legende bin. Ich hatte zwar schon mehrmals immer ein halbes Herzchen, aber mich kriegst du nicht down. Ich werde auch niemals sterben in der Season. Ich hab noch kein Eisen gefunden, jetzt aber schon wieder die. Oh, Diamantenleon. Oh, deine ersten. Hast du die anderen erhackt? Mhm. Ich frage mich, warum ich den Erfolg jetzt auch erst kriege. Dann wacht aber... So acht Stück! Ey, warum hast du nicht wieder gewartet, Mann? Ich hab mir doch... Ich will die direkt haben, Niklas. Ja, dann hättest du vielleicht schon 20 Stück oder so gehabt. Ja, und? Ja, ich will dir ja nur helfen, aber wenn du mir... Ich bin doch am Versuch nach Eisen, Niklas. Und wenn ich den nachher wieder finde. Bis du das nicht heraus bist. Ja, du weißt schon, wie schnell das geht, ne? Mit Quarz. Ich bin jetzt schon wieder auf Level 24. Ja, trotzdem dauert das ewig, bis du dann bei mir bist und ich das wieder gefunden habe. Und wenn, das ist die Mühe doch wert, Alter. Wenn den Diamanten nicht ehrt, ist das Eisens nicht wert. Ja, ich merk schon. Ich hab einen Diamanten gefunden, acht Stück, aber kein Eisen. Redstone, Kohle, alle schon gefunden, aber kein einziges Eisen. Weil ich aber einen brauche. Diamanten brauch ich ja grad gar nicht. Ja, dann kannst du mir gehen, wenn du willst. Nee, die brauchst schon. Du hast gerade eben gesagt, dass du die nicht brauchst, also... Ja, gerade brauch ich die gar nicht. Ja, entscheid dich doch jetzt mal, Alter. Sonst kommst du privat, Shit. Na guck, wir sind Aufwänder mit, aber selber hier mal... Ja, weil ihr wieder anfängt, ja, weil ihr das so in die Höhe getrieben habt, ja? Junge, du treibst ja einiges in die Höhe. Ja, Alter. Leon, äh... Aber wir werden ja zehn Liter am Trinken bist, mein Freundchen. Ja, was hast du jetzt gegen Leute, die die Sachen trinken? Nix. So, ganz lief? Nö. Das ist nur ein soziales Experiment, das ich hier mache. Was ist, wenn Mimi jetzt ein Video drüber macht, also doch kein soziales Experiment, weil das alles Lüge, Lüge, Betrug war? Ja. Dann mache ich... Und dass er... Götiger Pranken... ... hier gescriptet... ... gescriptet war? Dann mache ich Videos über meinen Friseur. Boah, Alter. Was machst du da in den Videos? Was ich dann mache? Ja. Dann zeige ich, wie mein Friseur mir die Haare schneidet. Boah, Decker, Junge. Dann ist Mimi gefickt. Und das... und das noch an Ostermontag. Ne, Ostersonntag. Ne, sogar Ostersonntag, mit Frönchen. Und was ist, wenn ich hier sage, Alter, dass illegal ist, Friseur? Macht Haare an Sonntag, Ostern. Das wirkt mich nicht, weil ich bin Hengster. Ich habe meinen eigenen Mert-Mat-Anschnitt. 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 Offiziell Mert-Mat-Anschnitt. Guck mal, der... Wer... Wer ist dieser... Wer ist dieses Ronaldo? Mert-Mat-Anschnitt. Mert-Mat-Anschnitt. Mit Mert-Anschnitt. Mert-Mat-Anschnitt. Mert-Mat-Anschnitt. Gibt es einen Ronald-Schnitt? Mert-Anschnitt. Alter Welches ist Ronaldo? Ich schwöre auf Madmattern, kauft euch Madmattern Vor allen Dingen, ich hab ja in die Beschreibung, es sind ja immer die Sachen wo der immer Provision kriegt Er kriegt jetzt Provision dafür Für Madmattern Ja der für die Madmattern kriegt Mad Provision Weil er nämlich die Adresse Mit seinem Mit den Sternchen da gemacht hat Also dass der Hallo? Dass der halt den quasi Unterstützt Mani haben den Penis im Arsch What's up Ist schon wieder Dienstag, hier ist der Newspaper Der Newspaper, Junge Deutsche Sprache, Deutsche Sprache Schwer Ach Leon, wie läuft das denn gerade so bei dir? Ah ganz gut, ich hab's auch einigermaßen Eisen gefunden Und Kohle finde ich sowieso die ganze Zeit auch n'maß Kohle 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 Oh die ich Ich muss den Beat Drop beaden Alter Warum wird mir eigentlich eigentlich angezeigt, dass ich keinen Keinen Schutz hab Haram hat mir die Rüstung weggenommen Hat der einen Rüstung Prank gemacht Alter Jungen hab ich auch zu ihm gesagt Aber hat der trotzdem gemacht Oha Alter, hat der schon mehr gemacht Dann hat der seinen Schmied gezeigt, wie der seine Rüstung macht Oha Junge Und das am Ostersonntag Alter Junge Alter Und dann hat der Haram gemacht Wird immer schlimmer Junge Ja der wird echt immer kribil Noch schlimmer als Babys Beauty Palace Noch schlimmer als Matt Haram Noch schlimmer als Uhhh Hajjjjjjjjjjjjjjjjjjj ejjjjjjjjjjjjjmsdjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjท Apollo Gjjjjjjj so ein video von ihnen gegeben oder gesagt hat wie viel er verdient verdient er 10 bis 20k im monat da kann man sich schon zehn paar schuhe gönnen also ich finde da kann man nicht mit leben natürlich auch jetzt mal hier 30.000 monat für csg ausgibt dann guck doch mal leon ja es gibt normal der wieviel dinge wie lang hängt er an ein video er hängt zwei stunden daran ja sagen wir euch das einfach mal kriegt dafür sagen wir mal jeden tag ein video das heißt es hat einen aufwand von keine ahnung einmal vier stunden weil er irgendwie noch was am grinden ist ja verdient der 10 10 bis 20k im monat so und für diese arbeit die er macht er ist doch 10 bis 20k damit kannst du doch nicht leben ich finde ganz viel mehr lieben mit einem normalen job ja dazu nämlich wissen ja am besten 70 stunden job alter 70 stunden job und verdient gerade mal 25 roto das sind die jobs wo du wo du richtig cash mit machst finde ich jetzt ja mutter verdienen nämlich gar nicht so viel johne was soll ich so gesagt also es ist gerade aus deinem gieren was dass sie nicht viel verdient ja und das habe ich es gesagt ja okay ja die ganze über sagen dass sie nichts verdienen ja gar nicht gerade so zum überleben sind die früher mal gesagt ja mittlerweile sagen jetzt ja nicht heute alles klar ist dass sie cash in der tisch haben wie ein kanal oder wie ein puffer alter du kannst ja auch nicht sagen ja das geld reißen überleben alter und dann letztes video johann ich habe Mercedes AMG gekauft alter ich kaufe porsche decker ja kann es ja nicht machen ja und sagt ja wie kostet denn leise wenn du gerade so über die runden kommst ja ich habe kredit aufgenommen sicher halt dener kommt schon auch so gerade mal so über die runden mit seinem forscher ja auch von seinen 40.000 die er verdient im monat oder 100.000 sagen wir sagen mal werden schon allein 99.000 gehen von dem forscher drauf ich glaube jetzt nicht so dass er so viel verdient nein dient er uns aber ich glaube schon war das einfach nur übertrieben wer glaubst du verdient am meisten gerade an youtube deutschland mit deutschland ich glaube ich glaube auch ich glaube die verdient so 60k im monat oder so oder 40 irgend so was er ja auch ihre eigene beauty mark da hat beauty linie mit komischem bilu alter dunking donut geschmack der kette ist nicht ja schon was neues rausgebracht oder das reicht doch da war ich schon lange nicht vieles was die noch rausbringen könnte dass sie sich alle kaufen der bb phone die rausgebracht stimmt das eigentlich jetzt mit dem julienko phone was den jetzt erzählt hat das stimmt wie gesagt dann s7 kauf ich mir nicht alter kauf ich mir die julienko phone alter also geil da kommt dann auch ein julienko phone na vor allem mit seiner fresse dann hinten ist noch noch schlimmer als baby hängt ja da ein giraffenkopf was für giraffenkopf das ist ein giraffenkopf das bin ich nicht das weißt du aber auch ich habe gleich endlos diamanten alter warum kenne ich endlos aber ich habe gleich eine glück drei spitzhacke sicher ja wollte wissen auch die haus nach übrigens jetzt bitte nix verzaubern ja weil sonst kann ich das nicht machen weil das was übersetzt oder da steht ja immer drin was da steht da und ja da steht da und wenn du jetzt wieder was neues rein tust kann es sein dass das wieder anders ist und wenn das wieder anders ist dann habe ich auch verzauern ich hatte gerade ein schwert im buch ja okay okay mir ist nämlich gerade level 30 aufgehauen ich komme es wieder weil sie mich jetzt sehr scheiße gewesen ich fahre mir ein ab so kommen wir danach wenn es neuer gehen weil wir ja nur noch eine halbe stunde haben ich habe gerade jetzt die kisten gemacht ja hat niklaus die hier in die linke kiste in der schicken fahren die war eben rand voll da drunter ein trichter gesetzte kiste gemacht habe ich gerade eben wir eisen und so gefahren für die neuen trichter jetzt habe ich nur tricht angebracht ist die zweite kiste wird voll mit eiern und die kiste drüben auch noch mal zwei ja er war eine frage wenn ich jetzt mir auf meine behutsamkeit glück drei drauf hauen das bringt eigentlich gar nicht so weil die ja so bleiben wie sie waren oder oder kommen dann aus den blöcken das kannst du nicht darauf hauen okay okay so brauche ich dafür mehr lapus lassen ja an die klasse gab es nach zehn jahren alter weil sie schnell die eier nach produziert werden die kunde ganz hinterher ja effizienz vier haltbarkeit drei glück drei das heißt bist du ja das kannst du meine die aus weg bringen also kann ich haben das ja du kannst jetzt verzauern werden auch schon verzauberung ja ich habe gerade eben nur 14 eisen gefunden und zwei komplett spitzhacken alles klar ich habe neun die das rausbekommen muss ich meine hürde gehen oder viel mehr auch schon verzauberung bei der jetzt bei der hose jetzt noch eine verzauberung weil ich jetzt gerade geopfert habe meine 30 level moment warte ich könnte mal kurz gucken was ich dafür bekommen würde haltbarkeit 3 schuss sicher ach ja genau und die stiefel habe ich auch nicht verzaubern weil ich da federfall drauf haben will federfall 3 und nice aber das könnte ich mir so direkt machen oder so ernähre dass ich da steht es gerade nur federfall 3 federfall 3 nice da ich ja noch eh warte mal wo habe ich hier noch was ich hab explosionsschutz schärfe hatte ich immer noch ein schutzbuch egal kann man nicht sehen bevor es los geht das in der sache ich habe ihn noch einmal die farm ich möchte jetzt loslegen ja liegt los ja kurz in komplett die herumlaufen und ich brauche vielleicht ein anderes schwert und dafür habe ich kein eisen mehr hast du noch eisen ich habe drei eisen würde das für ein schwert ausreichen wir brauchen doch einen ambos das stimmt wir brauchen generell mal mehr eisen wir müssen eigentlich bei alle farm gehen aber die farm ist bei dir schon ein bisschen ausgelockt wenn ich es sein darf sagt das aus meinst du ja wir fahren ja kann ich dir nur zustimmen leider ja oder wir müssen dann in andere richtungen fahren ja habe ich ja schon ich habe schon mehr richtungen da gefarmt wie gesagt ich habe nur die hier gefunden ich habe aber Niklas ich habe zwei komplette eisen nicht gezacken von anfängern weg gefarmt sogar zweieinhalb und habe nur 14 eisen insgesamt gefunden er hat natürlich drei sechs wird es dauern hier eine sechs kohle und acht eisen aber trotzdem ja wie gesagt ich kann ja auch nicht zu erinnern ja ich weiß wenn das einmal leer erntet ist sag ich mal oder hat alles weggemacht die ganzen erzen da wächst ja die idee zu können leider nicht nachwachsen